Ich heiße Dr. Frank Lefens, komme von der Fraunhofer IDMT, Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau in Thüringen und stelle Ihnen heute auf der IFA das sogenannte VoiceCamp-System vor. Dieses System ist eine sprachgesteuerte Webkamera, die die Stimme des Sprechers lauscht und direkt auf den Sprecher ausrichtet, sodass Sie bei einer Videokonferenz direkt immer im Bilde zentriert da sind. Das heißt, Sie gehen jetzt mal von links nach rechts? Ich zeige Ihnen das System. Hallo! Das System folgt mir jeweils und ich gehe jetzt auf die Seite, sage ein Wort und die Kamera folgt meiner Stimme. Wie ist das System aufgebaut? Das System ist eine Produktion von der Firma Analog Devices. Sie sehen hier ein Zwei-Mikrofon-System, das sind zwei sehr einfache Kondensator-Mikrofone mit einem Software-Algorithmus, der auf einem DSP von Analog Devices Blackfin abläuft. Und aus der Laufzeitdifferenz wird die Schallrichtung bestimmt und die Kamera wird angesteuert und richtet sich auf die jeweiligen Sprecher aus. Ich stehe jetzt rechts von Ihnen und schon muss sich die Kamera eigentlich auf mich richten. Sie richtet sich auf jeden Sprecher. Wozu ist das eigentlich gedacht? Das ist gedacht für Videokonferenzen, wenn Sie mit integrierten Fernsehsystemen, wenn Sie auf der Couch sitzen, wie man früher das Telefon abgehoben hat, hat man direkt eine Verbindung hergestellt. Und jetzt möchten wir das wieder sehr natürlich machen für den Menschen, dass sobald man spricht, auch die Konferenz auf der Gegenseite geschaltet ist und nicht erst eine lange Anfahrbewegung vonstatten gehen muss, sondern Sie sofort die natürliche Gesprächsatmosphäre haben, dass Sie mit Ihrem Partner auf der Gegenüberseite verbunden sind. Und wenn jetzt mehrere Sprecher zusammensprechen, also ich, hinten ins Wortfälle, was macht die Kamera dann? Dann gibt es einen Großtofer Bohu und die Kamera entscheidet, wer in diesem Zeitabschnitt gerade am lautesten spricht, ist wie in der Schule, dann kommt auch derjenige dran. Wir können das hier mal auf dem Telefon betrachten, wie diese Videokonferenz funktioniert. Ich spreche jetzt Hallo und jetzt sehen Sie, dass das Bild, die Kamera nachfährt und Sie dann entsprechend dann direkt im Bild dargestellt werden. Wie sieht Sie noch nicht? Ja, wir sehen jetzt im unteren Bild. Ich kann jetzt hier nach oben schwenken und ich sage Hallo und die Kamera geht rüber. Ich gehe auf die andere Seite, spreche und jetzt sage ich Hallo. Und ich komme jeweils, fährt die Kamera nach und richtet sich wieder auf mich aus. Und können wir jetzt eine Videokonferenz machen? Wir können mit dem Kollegen eine Konferenz machen. Mein Kollege kann es Ihnen gerne zeigen. Wir machen eine Videokonferenz. Hallo. Und jetzt sprechen wir mit in Mumbai in Indien. Hallo Frank. So, Kutub, how ist es der Wester today in Mumbai? Oh, es ist ziemlich heiß da. So, in Germany now, es ist ziemlich kold, weil wir haben Autumn. So, es hat sich heute regnet, aber in der Nacht ist es viel mehr Sonne hier. Es ist ein sehr schönes Wetter hier. Ich freue mich sehr, das Wetter hier. Okay, und ich pretty much empfehle unsere Zusammenarbeit. Es ist ein sehr guter System, das wir hier zeigen, zusammen mit der Fähr. Right, we are really great that we are collaborating with Fraudhofer and we really see it going very further. And so, for our hearers and listeners and all which we welcome them to demonstrate live our system. So, wir bedanken sehr für die Hörer und die Zuschauer, dass sie hier live miterleben können, wie die Technik auf der IFA funktioniert.